Willkommen zum Männer-Workshop. Zwei echte Männer durch Spalten mit einer puren Axt dieses Holz. Wir haben uns heute hier zum Hormon-Wettbewerb mit Jobst gemeldet. Und wir wollen erst mal zeigen, was in uns steckt, bevor dann der Meister zeigt oder Frosch die Locken hat. Jeder wird jetzt mal zeigen, was für ein Muskeln er hat, um sie spielen zu lassen. Um Holz zu zerspalten. So, reine Muskelkraft ist jetzt gefragt. Mal gucken, wer der nächste ist. Wunder, dass das Ding jetzt schon durchgegangen ist. Und der nächste. Ein leichtes Opfer. Komm her, du. Lass da, lass da, lass da. Ich krieg sie alle. Ja, jetzt geht's los. Ich brauch ein Holzstück. Richtig schönes Holzstück. Ach so. Ja, da. Du bist mein Fähig. Ich krieg mich nur ein Zwitschiff auf. Gut. Hey. Ja. 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 Geil, Geil, Geil. Geil, Geil! Ich bin jetzt nicht mehr! Bis zum nächsten Mal.